Der Jury fiel die Entscheidung nicht leicht. Das Filmdrama Rivale konnte uns schlussendlich einstimmig überzeugen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Und nun die Begründung. Rivale überrascht vor allem durch die nahezu magische Authentizität seiner Darstellerinnen und Darsteller, die vom Regisseur Markus Lenz herausgearbeitet wird. Gekonnt werden aktuelle politische Themen anhand eines erzählten Familienschicksals aus der sensibel gestalteten Perspektive eines ukrainischen Jungen, der seiner in Deutschland illegal arbeitenden Mutter folgt, beleuchtet. Der Film fesselt durch seine teils provokante und ungewöhnliche Bildsprache. Mit Originalität und Ausdrucksstärke wird die Landschaft Niedersachsens als Kulisse eingesetzt. Herzlichen Glückwunsch an Rivale und an Markus Lenz. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt haben wir noch eine lobende Erwähnung zu vergeben. Die Jury spricht zudem Viktor Gütei, dem 18-jährigen Filmemacher aus Gekon, mit seinem independenten Film Mein Schatten über mir eine lobende Erwähnung aus. Gütei erweist sich als beeindruckendes Multitalent und als Regisseur. Produzent, Kameramann, Drehbuchautor, Editor und Komponist hat er in seiner Vierschichtigkeit und sensiblen Erzählweise ein außergewöhnliches Debüt geschaffen. Die Jury ermutigt mit der lobenden Erwähnung, den Weg als Filmemacher weiterzugehen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!